Wenn die Senioren nicht in den Konzertsaal kommen können, kommt der Konzertsaal zu ihnen. Das Budapest Festivalorchester veranstaltet Konzerte in Altersheimen in der ungarischen Hauptstadt. Sie wollen die Bewohner und auch das Pflegepersonal glücklich machen, und wenn es nur für eine Stunde ist. Alle unsere Musiker sind gegen Corona geimpft oder jedenfalls getestet. Sie sitzen weit weg von den Senioren. Manchmal treten wir auch draußen auf und die Senioren hören drinnen zu. Und wenn sie auch im Freien sind, halten wir Abstand. Die Corona-Pandemie hat im Orchester einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eigentlich wollten sie auf China-Tournee gehen. Das erste Konzert sollte in Wuhan sein. Doch die Tournee wurde abgesagt. Eine ähnliche Idee hatten die Schauspieler des Rathnoti-Theaters ebenfalls in Budapest. Sie stellen sich vor Krankenhäuser und singen Lieder, bei denen Patienten und Personal mitsingen können. Ja, bei ihnen wurde von einer auf die Scholle an der Schauspieler des Rathnotι valent. Kamal und ande schedetz mit uns gemacht. Die Waha defence zur converge.